Hallo Leute, ich hab kein Bock mehr. Ab ins Game. Ja, heute ist der Song bei PUBG. Ich hab kein Bock mehr. Ich hab einfach 5000 Jahre LOL hochgeladen. Ich will mal was anderes schneiden. Karl ist am Start, Karl ist mein Mentor. Ich hab nämlich seit 5 Monaten nicht mehr gespielt. Haltet alle mal die Schnauzen jetzt hier. Wir wollen ja runterkommen vom Alltag. Oh, hier kommen noch andere. Das wird jetzt vielleicht eine kurze Runde. Du bist doch viel zu schnell, Karl. Wir müssen doch ein Tech-Team bilden. Ja, dann komm doch ran. Ja, du bist ja ein Kilometer entfernt. Ich hab' mich ge- Ich hab' mich ge- Ich hab' mich ge- Oh mein Gott. Alter, ich hab' mich ge- Warte, warte, warte. Du hast mich grad einfach ge- Ja, warte, warte, warte. Du hast mich ge- Kann ich aber wieder hoch holen. Du hast mich einfach umge- Alter, du hast auf mich geschossen. Ja, aus Spaß. Hahaha. So, hier sind nur Sachen drin. Ich bin ja einfach in einem H&M-Laden, Alter. Hahaha. Ich würd doch einfach nur Waffen. Ist ja einfach. Weißt du, ich spiel' hier PUBG und er spielt einfach fucking Unreal Tournament. Das hast du ohne mal nicht geholt. Wir wollen nicht bei einem Auto. Du rennst jetzt nicht irgendwo hin. Das ist kompliziert. Ich wusste ja nicht, dass du ein Noob bist. Ich hab' ja 500 gespielt. Und die ersten 100, die ich gespielt habe, hab' ich ein bisschen Auto gefahren. Schnauze! Oh, du hast richtig ge- Oh, was? Ich krieg' jetzt nur F, 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 Alter. Okay, erstmal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was war'n das? Hahaha. Hahaha. Das ist für mich ja wieder zu mir. Hahaha. Hahaha. Warte mal, was war'n denn das? Hahaha. Sollste Leben am Leben, dir? Ich hatte das Krieg, ja. Unter uns wird geballert. Das ist ein Auto. Oh, oh, jetzt nehmen wir ihn! Ich habe ihn aus... Oh, was ist denn der andere? I can be your hero, baby! Oh, da kommt was, oder? Und ich bin nackt. Das bist du, okay. Komm, komm, komm. Ich bin nackt gelassen. Alles klar! Vɛ themed Ellerta��CE Haha. Hahaha. Hahaha . Komm pinch, ich bekomme ein, doin dr acceleration! Da ist ... HÄÄÄÄÄÄÄÄÖ So, auf nach Stalber. Das wäre jetzt krass. Und das haben die sich jetzt alles für selber gebaut. Das haben die alles selbst programmiert. Ja, Stalber war jetzt ziemlich lame. Ich hab nichts gedrückt. So will der also, dass ich losfahre. Das ist nirgends. So Leute, genug Spaß gehabt. Militär. Das ist jetzt eher mau. Dann gehen wir zu der anderen Radarstation, okay? I'm so high, so high. Okay, jetzt hab ich wirklich mehr verloren als ich wollte. Wir sind einfach so ein krasser Bergsteiger. Nur weil du jetzt so die Waffe anstellen, leider. Ja, guter Start auf jeden Fall. Ja, wieso? Ist doch nichts passiert. Müll, Müll, Müll. Kann hier mal jemand sauber machen. Alles Müll-Spieler. Ja, Schlimmes. Okay, okay. Das heißt, da ist jemand. Komm schnell raus. Ich bin schon auf die Tür. Vergiss! Oh, ich rede. Oh, da sind wir so gespannt. Aber hier hinter der Mauer ist einer. Da! Oh mein Gott! Im Haus sind das Schlotflin doch das besten Waffen. Was denn, was denn? Der hat dem unten die Tür aufgemacht. Der kommt jetzt hoch. Töten wir den doch. Wo ist das Problem? Oh, Leute, der ist einfach getötet. Ja, aber das Schlotflin, Junge, das Haus. Wir sind das beste Team, Junge. Jawoll! Was? Also das ist so ein Spiel, wo man nicht einfach so aus Schall schießt. Aber ich muss hier das einkommen. Oh, nein, nein, nein! Wo denn, wo denn, wo denn? Ich kann nicht lehnen. Rück und im Gang hier. Wie, rechts? Der ist auf der rechten Seite. Rechte Seite. Hab schon ein paar Mal getroffen. Vorsicht, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich renne jetzt einfach da rein. Pass auf, der kommt von hinten. Wahrscheinlich. Jawoll, Junge! Man, wir sind so geil! Fick dich jetzt! Entschuldigung. Ich mach jetzt einen Vier-Auskau, auf die ich rausblende. Dann hast du gar keine Chance mehr. Oh, wow. Als ich Schrot finde, behalte ich auf jeden Fall. Ich hab volle Abweh, ich hab mich geheilt. Aber er leist dir. Wir bleiben nur in den Häusern. Häuserkampf ist genau mein Ding. Das war aber geil. Du warst auf den einen, dann bin ich auf den anderen. Ja, und ich bin rein und dann hat der nicht geschossen. Ja, und dann haben wir ihn getötet. Ich bin der beste Startschutzer. Mach dir die Zeit, Sepp, Junge! Alter, der ist tot. Du hast gesehen, wie krass der ist. Oh! Der liegt dort! Oh! Oh, beim Baum, beim Baum. Ja, ja, beim Baum. So, Auto ist kaputt, der fährt nicht mehr weg. Ich mach's noch seit seinem Spiegel kaputt, okay? Kann er nicht. Oh, Alter! Hört Gott! Direkt in dir ins Gesicht, Alter! Ohne Auto? Ja, wir brauchen kein Auto mehr. Autos sind mit's Westen im Spiel. Nie wieder! Nie wieder! Fahren wir hier bei der Auto. Wieso nicht? Warte mal, die sehen doch nur unsere Köpfe. Dann wissen wir doch so schnell wie es geht. Warte mal, siehst du die nicht? Nein. Die sind hier vorne direkt. Westen. Westen. Hier. Was? 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 Du bist halt müde, mein Gott. Ja. Also, töten wir ihn jetzt ja aus. Das Ding ist, wenn wir den töten hatten. Ich nehme ihn nicht fass! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Hör mal einmal auf mich! Auf den Weg, wo wir stehen da sind. Oh, da ist einer mit König. Ich muss springen und ihn auf die Kopfhaut. Nee, wir sind der mit! Ich bin der mit, wenn ich sie fliegen würde! Oh, ich hab auch fucking auf! decoriert mich, wenn du ihn aufhörst! Ich verstehe. Fuss bist du. Ich bin der Leute, ich bin der Leute, wir sind der Freunde. Ich hab ihn eigentlich getroffen.